So, da sind wir auch schon wieder bei den nächsten Aufgaben, nämlich sammle die Omni-Chips ein, aber in Lockjam. Wir gucken jetzt einfach, ob wir Glück haben. Lol, da habe ich ja gar nichts, gar nicht gesehen, ob wir Glück haben und finden direkt alle drei. Hat den irgendein, ich bin gerade auch noch live, also nicht wundern, hat den irgendein... Einer kommen gesehen? Also ich nicht. Na, der nächste ist drin, aber wie gesagt, achtet auf die Mini-Map. Hier ist noch einer. Achtet auf die Mini-Map, da seht ihr die dann auch. Warte mal, ich ziehe hier durch. Boah, leck mich, der Besen. Lass mich doch einfach mal ruhen hier, ich will nur die Dinger einsammeln. Äh, wo ist die zweite? Ich höre sie doch. Mann! Ah, die ist safe über mir. Oh Gott, ey, das ist so komisch, dass man jetzt nicht bauen darf. Ist sie auf dem Dach oder was? Ich höre die doch auch. Sie unter mir? Was ist hier hinter? Loll, ey! Da ist die nächste. So, die dritte hol ich mir aber jetzt auch noch. Jetzt versuche ich auch alle drei zu holen. Aber wie gesagt, wichtig ist halt, dass ihr erstmal seht, wie das Ganze aussieht. Ihr seht das Ganze halt auch immer auf der Mini-Map. Also eigentlich ziemlich simpel. So, die nächste ist genau hier. Und damit haben wir das Ganze auch jetzt geschafft. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Das waren alle drei Stück. Und in dem Sinne sehen wir uns wohl bei den nächsten drei Omni-Chips. Und ich würde mich natürlich über ein Like freuen, natürlich auch über ein Abo. Und in dem Sinne, haut rein! Und unten rein! Und dann...